Viele Anleger trauern einer Investitionsgelegenheit nach, wenn eine Aktie um 10, 20 oder 30% gestiegen ist. Wiederum andere starten überhaupt gar nicht, weil sie Angst davor haben, auch nur einen einzigen Cent zu verlieren. Jedoch die Magie an der Börse entsteht, wenn du langfristig investierst. Es geht von Verdopplungen, Verdreifachungen hin zu Verzehnfachungen und mehr. Wer jedoch diese Magiekarte ausspielen möchte, der muss zwangsläufig langfristig investieren. Und für alle Angsthasen, ich kann das sehr gut nachvollziehen, denn ich selbst habe auch viel Geld an der Börse bereits verloren. Aber die Statistiken beweisen uns, je länger du an der Börse investiert bist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du überhaupt auch nur einen einzigen Cent an der Börse verlierst. Die Statistik geht sogar so weit, wer mehr als 10 Jahre an der Börse investiert ist, also sehr langfristig. Da ist die Wahrscheinlichkeit, auch nur einen Cent zu verlieren, bereits sehr, sehr gering. Du merkst, langfristige Geldanlage ist ein wesentlicher Faktor, um an der Börse erfolgreich zu werden. Wer jedoch auf langfristig erfolgreiche Unternehmen setzen möchte, der muss unbedingt erstmal nach tollen Unternehmen Ausschau halten. Und deswegen gebe ich dir jetzt 5 Merkmale an die Hand, wie du tolle Unternehmen herausfinden kannst. Um ein tolles Unternehmen zu finden, brauchst du ein tolles Management. Und ein fähiger Manager sollte immer ehrlich sein, er sollte zielstrebig sein und er sollte nachhaltig arbeiten. Doch wie findet man diese drei Eigenschaften auf eine einzige Person zusammengeführt? Das ist sehr schwierig, denn du kannst die Manager, die Geschäftsführer, die CEOs in den allermeisten Fällen nicht persönlich interviewen. Du kannst ihre Eigenschaften nicht hinterfragen, denn sie sitzen in ihren Wolkenkratzern, in ihren Hochhäusern und bestimmen von dort aus das Wohl und Weh deines Unternehmens. Doch es gibt Möglichkeiten, solche Manager zu hinterfragen. Ich gebe dir daher den Tipp, versuche so viel wie möglich, Interviews von solchen Managern zu lesen oder hier auch auf YouTube anzuschauen. Du kannst erfahren, welche Ziele sie in der Vergangenheit ausgegeben haben und welche Ziele tatsächlich am Ende des Tages umgesetzt wurden. Wenn hier große Lücken bestehen und zwar nach unten, dann ist es ein sehr zuverlässiger Indikator dafür, dass der Manager zwar große Ziele hat, sie aber nicht liefern kann. Ein wichtiger Aspekt in der heutigen Gesellschaft ist die Langlebigkeit des Geschäftsführers. Oftmals wird ein neuer Geschäftsführer eingestellt und hat die Zielgebung vom Board of Management oder vom Aufsichtsrat, kurzfristig die Gewinne zu steigern. In vielen Fällen funktioniert das hervorragend, allerdings zulasten der langfristigen Ziele. Und daher ist es umso wichtiger, dass die Bezahlung eines Managers an den langfristigen Zielen des Unternehmens gekoppelt ist. Und wenn du das alles recht einfach regeln möchtest und diesen Punkt eigentlich schnell beiseite legen möchtest, dann gebe ich dir folgenden Tipp. Versuch viel auf Familienunternehmen zu setzen. Familienunternehmen verkaufen tagtäglich Produkte mit ihren eigenen Namen auf dem Logo. Und wer möchte schon Produkte verkaufen, schlechte Produkte, auf denen der eigene Name steht, das möchte niemand. Und von dem her kann ich dir empfehlen, Familienunternehmen arbeiten in den allermeisten Fällen viel nachhaltiger als rein aktienmarktorientierte Unternehmen. Weiterhin wichtig ist auch eine tolle Unternehmenskultur. Eine Unternehmenskultur kann man erstmal nicht richtig greifen. Doch was steckt da dahinter? Das sind die verschiedenen sogenannten Stakeholder. Stakeholder sind nichts anderes als Interessensgruppen. Wie zum Beispiel einer der größten, der Staat. Er möchte zuverlässig und regelmäßig seine Steuern bekommen. Es sind aber genauso gut die Kunden, die Lieferanten, die Mitarbeiter und alles, was die Geschäftsbeziehungen mit einem Unternehmen ausmachen. Und wer langfristig erfolgreich werden möchte, muss die Interessen all dieser Gruppen unter einem Hut bringen. Denn wenn du einmal eine Interessensgruppe vor dem Kopf stößt oder langfristig verärgerst, dann wirst du das mittelfristig bis kurzfristig in deinem Geschäftserfolg, ja, es wird sich darin widerspiegeln. Und daher ist es umso wichtiger, auf eine nachhaltige Unternehmenskultur zu setzen. Im Bereich der Mitarbeiter beispielsweise kannst du das toll auf Bewertungsportalen nachlesen. Es gibt tolle Bewertungsportale wie zum Beispiel auch Xing. Die bewerten Arbeitgeber und die werden bewertet von den Arbeitnehmern. Ein Blick dahin könnte sich also lohnen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die finanzielle Stärke. Die finanzielle Stärke siehst du in den allermeisten Fällen in der Bilanz. Die Bilanz ist aufgeteilt durch liquides Vermögen, durch langfristige Anlagevermögen, durch Eigenkapital und Fremdkapital. Und auch hier sollte es immer einen ausgewogenen Mix aus allen Bestandteilen geben. Wer sich ausschließlich oder sehr fokussiert durch fremde Gelder finanziert, der hat keine nachhaltige Finanzierungsstruktur. Man sollte immer auf Profitabilität, auf Eigenkapital und auf Cashflows achten. All das müssen Aktienunternehmen jedes Jahr und teilweise sogar quartalsweise oder die größten Unternehmen zwanghaft sogar quartalsweise veröffentlichen. Ein Blick also in die Investor-Relation-Abteilung kann sich immer für dich lohnen. Ein weiterer wichtiger Punkt sind strukturelle Wettbewerbsvorteile. Warren Buffett erklärt diesen Punkt sehr einfach mit einem sogenannten Burggraben, der Eindringliche davor hindern soll, in deine Burg einzutreten, also in dein Geschäftskonzept einzutreten und dir Umsätze und Erträge streitig zu machen. Und es gibt tolle Beispiele dafür. Eines der Beispiele, die aktuell sehr tragend sind, sind technologische Wettbewerbsvorteile. Beispielsweise Amazon. Amazon ist in den Jahren 1990 angetreten, um Buchhändler im Internet zu werden. Heute hat das Unternehmen kein anderes Ziel, als nur die Weltherrschaft zu haben. Es gibt quasi keinen Bereich mehr, in dem nicht Amazon auch mitmischt. Oder ein weiteres Beispiel. Apple. Apple hat es verstanden, iPhones in Billiglohnländern günstig herstellen zu lassen und für schweineviel Geld hier in den westlichen Ländern zu verkaufen. Und diese Spanne, diese Ertragsmarge, die siehst du langfristig im Aktienkurs. Oder ein weiteres Beispiel ist das Thema Coca-Cola. Es gibt hunderte Marken oder Hersteller von Cola-Getränken. Aber es gibt nur eine einzige Coca-Cola. Wer Fan von Coca-Cola ist, der würde niemals Pepsi trinken oder Dr. Pepper oder andere Dinge. Von dem her, ein Wettbewerbsvorteil ist zwingend erforderlich. Noch ein wesentlicher Punkt, um langfristig erfolgreiche Unternehmen zu identifizieren, ist das Wachstumspotenzial. Ich erkläre das aktuell anhand der Tabak-Aktien. Tabak-Aktien haben die Reise nach unten angetreten seit den letzten etwa 2, 3, 4 Jahren. In diesen letzten 2, 3, 4 Jahren gab es mehrere Trends im Bereich Tabak. Nämlich einmal das Thema E-Zigarette. Viele Unternehmen sind neu auf den Markt gekommen, die ausschließlich E-Zigaretten anbieten. Und so das Tabak-Rollen oder die Tabak-Ware an sich redundant macht. Darüber hinaus kommt aber noch ein zweiter Trend. Und das ist die sogenannte Legalisierung der Cannabis-Aktien. Beziehungsweise die Legalisierung von Cannabis allgemein. Die USA, Teile davon zumindest, sind Vorreiter. Und viele Staaten weltweit denken heute darüber nach, Cannabis grundsätzlich zu legalisieren. Und diese zwei Trends, die spielen quasi voll gegen das Geschäftskonzept von Tabak-Konzernen. Wer sich hier langfristig durchsetzen wird, das vermag ich heute nicht zu sagen. Aber du solltest dich immer auf Unternehmen fokussieren, die einen langfristigen Wachstumstrend einschlagen können. Und wenn du dich heute fragst, wie kann ich denn diese ganzen Punkte miteinander vereinen? Wie finde ich diese ganzen Punkte? Dann gebe ich dir recht, denn diese Punkte sind gar nicht so einfach zu identifizieren. Langfristig solltest du für dich in der Lage sein, die drei wichtigsten Fragen an der Börse für dich zu beantworten. Nämlich, welche Aktie soll ich kaufen, wann soll ich sie kaufen und wann soll ich sie wieder verkaufen? Das sind die wichtigsten Fragen, die du für dich beantworten musst. Und wenn du heute noch keine Antwort darauf hast, dann ist es nicht schlimm. Denn unter dem Video findest du einen Link, dort kannst du dich für ein kostenloses Strategiegespräch eintragen. Und gemeinsam prüfen wir, wie du für dich die drei wichtigsten Fragen an der Börse nachhaltig und selbstständig ohne große Risiken beantworten kannst. Ich freue mich auf dich. Ich freue mich auf dich.